Wir kehren mal unserem Chef mit dem Frühdienst. Schlank und rank, der hat es nicht notwendig. Ja, du gehst schwimmen. Du bist ja schlau. Du bist ja fleißiger Schwimmer, gell? War ich einmal. Ach, geh, du gehst noch immer. Sieht man ja. Jetzt besprechen wir die wichtigsten Themen des Tages. Die Tageszeitungen liegen schon da und da kommen wir gleich mal zur Presse und auch zur kleinen Zeitung. Gestern ist in Frankreich gewählt worden. Der erste Wahlgang war das und gleich vorweg, es hat kein Kandidat so viele Stimmen bekommen, dass er direkt in den Elisabeth-Balast einziehen wird. Den ersten Wahlgang gewonnen hat der Sozialist François Hollande mit 28,5%. Zweiter ist Nicolas Sarkozy geworden, der amtierende Präsident. Das ist mehr eine Watsche, heißt es. Die beiden Kandidaten kämpfen jetzt bei der Stichwahl in zwei Wochen um das Präsidentenamt. Und laut Umfragen ist es so, dass Hollande sogar die Wahl gewinnen könnte. Sieht das jetzt zumindest so weit aus. Die Presse zeigt aber eine Achtungsgewinnerin, nämlich Marie Le Pen. Das ist eine Rechtsextremistin. Die schafft fast unglaubliche 20% und auch von ihr wird abhängen, wer die Stichwahl gewinnt. Denn wem sie ihre Wahlfehlung gibt, der kann dann mit sehr vielen zusätzlichen Stimmen rechnen. Wie gesagt, in zwei Wochen ist dann die Stichwahl und da wird sich entscheiden, wer die nächsten fünf Jahre im Elisabeth-Palast einziehen wird. Wer bekommt da eher die Stimmen von der Le Pen? Eher Nicolas Sarkozy. Wortelof in Napoleon. Madame Bruni, das ist eben auch der Titel hier heute. Aber da schauen wir uns mal die Schlagzeile an. Genau, eine Kamersinn-Umfrage hat ergeben. Priester sollen heiraten dürfen. Und auch Sex haben. Ganze 82% der Österreicher sind dafür, dass der Zölibat abgeschafft werden soll. Ganz schlicht mit der Begründung, der Zölibat wäre nicht mehr zeitgemäß. Nur 11% sagen, Priester sollen keusch bleiben. Es gibt sowieso Schätzungen, dass mehr als die Hälfte der Priester sowieso eine Beziehung haben. Aber natürlich verheimlichen. Und jeder dritte Pfarrer soll nur streng Zölibatär leben. Wie wenn eine Meisterleistung der österreichischen Ärzte in der Corona-Zeitung Bub trennte sich handab wieder angenäht. Ja, der strahlt den Bub auf der Corona-Zeitung. Der Stefan heißt er. 13 Jahre ist er alt und kommt aus Salzburg. Er wollte seinem Vater beim Holzspalten helfen. Und ist dabei mit der Hand in die Maschine gekommen. Und hat sich dabei fast das gesamte Handgelenk abgetrennt. Aber ist eine riesen Meisterleistung von den Ärzten im Krankenhaus Schwarzach. Geglückt, die haben die schwierige Operation geschafft und die Hand von Stefan wieder annähen können. Ganz annähen können und er wird sie sogar wieder ganz normal bewegen können. Ein Tiroler hat den Vierfach-Checkpot geknackt. Die Tageszeitung Österreich, da habe ich nicht ganz gewusst, was soll ich machen. Entweder den 7,4 Millionen Euro-Checkpot oder dass Stefan Petzner eine neue Liebe hat. Oh. Ja, schreibt auch Österreich. Das sind zwei Checkpots. Genau, ich habe mich dann doch für den Dottosieger entschieden. Ein Tiroler, wie du richtig sagst. 7,4 Millionen Euro. Ein Win mit Quick-Tipp. Mit Quick-Tipp. Immerhin der 5. Kinder, der steigt. Höchste Gewinn in der österreichischen Auto-Geschichte. Sieht, hier ist es immer lustig, Fabian, bei der Preise-Show. Vielen lieben Dank fürs Kommen. Deine Nummer kommen wir nicht mehr raus, oder? Wir reden immer über das Autofahren. Ja, oh ja. In Wien ist nämlich Taxifahren richtig günstig, viel, viel billiger als zum Beispiel in Graz oder auch in Linz. Das zeigt eine aktuelle Studie, überraschend eigentlich. Wahrscheinlich, wenn man in Wien auch ein bisschen länger unterwegs ist, kommt es einem teurer vor. Es gibt aber ein Taxi, mit dem ist es richtig günstig zu fahren. Und zwar das Quiz-Taxi. Momentan ist nämlich Moderator und Quiz-Taxi-Fahrer Max Schmiedl in Wien unterwegs. Schönen guten Morgen. Wie viel kostet es denn bei dir? Ja, schönen guten Morgen auch im Studio von Café Bulls. Ja, bei mir kostet es so...